Musik Die Fotogruppe der Naturfreunde Bruck an der Moor feiert ihr 70-jähriges Jubiläum mit einer beeindruckenden Ausstellung. Insgesamt 96 Fotos, geschaffen von 14 talentierten Fotografen, spielten die breite Palette kreativer Werke der Fotogruppe unter der Leitung von Sektionsleiter Norbert Mandl wieder. Wir feiern 70 Jahre Fotogruppe. Warum es feiert? Weil es ein Anlass ist, eigentlich ein Runter. Und was steckt hinter der Fotogruppe, ist eigentlich die Liebe zur Fotografie, in dem Sinn, dass wir Gefühle, Gedanken, verschiedene Dinge in Fotos umsetzen und präsentieren. Wie viel Emotion und Leidenschaft steckt hinter jedem Foto? Ja, praktisch die ganze, wenn man nicht sonst irgendwas dazu hätte, wie Familie oder Freunde. Aber das Hobby bindet sich mit ein, praktisch in das Leben, wie man so dahin lebt eben. Das ist die Fotografie sozusagen zum Festhalten des Lebens, aber auch eben, wenn wir etwas sehen mit unseren Augen, zum Festhalten der Dinge, die passieren und so weiter. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung wurde von Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier und Frank-Peter Hofbauer vorgenommen. Frau Bürgermeister, was sind Ihre Favoriten und Highlights? Ja, also das Jahr 2023 ist ja das Jahr der Jubiläen der Naturfreunde. Heute die Ausstellung zum 70-jährigen Jubiläum der Naturfreunde Fotogruppe. Und wir hatten ja am 24. Juni schon ein 100-jähriges Jubiläum Schutzhaus Hochhanger. Ja, eine tolle Ausstellung. Es sind viele Leute hier, wunderschöne Fotografien, wunderschöne Bilder. Also es zahlt sich auf alle Fälle aus, diese Ausstellung zu besuchen, die ja ab heute 14 Tage läuft. Wie kommt man auf die Idee, Brugger-Persönlichkeiten zu fotografieren und zu porträtieren? Ja, ich habe eigentlich überlegt, was ich machen könnte, weil ich bin ein waschechter Brugger und ich wollte wirklich speziell für Brugger was machen und nicht irgendeine Bäume oder Baumpilze fotografieren, sondern Leute, Persönlichkeiten, die jeder Brugger kennt. Und da habe ich mir überlegt, ja, wen könnte ich da nehmen? Und dann habe ich einfach gedacht, nimmst einen Politiker, einen aus der Wirtschaft, einen Künstler und eben auch aus dem Sport. Und da sind mir spontan diese vier Herrschaften eingefallen. Und Gott sei Dank, nach Anfrage hat jeder das sofort begrüßt und hat gesagt, ja, eineinhalb Stunden Zeit kann man nicht ergeben. Und das war ganz toll. Also für mich ist Fotografie auch, weil bei der Fotografie auch der Weg das Ziel. Also es geht nicht nur ums Foto, sondern auch um die zwischenmenschliche Beziehung, dass man einfach einen Kontakt aufbaut zu seinem Gegenüber und damit das einfach authentisch und realistisch abbilden kann. Zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister außer Dienst Bernd Rosenberger, Peter Haarer und Frank-Peter Hofbauer, genossen die faszinierende Welt der Fotokunst. Wie kommt man dazu, sich selbst in eine Ausstellung zu sehen? Ich wurde angerufen vom Herrn Heinz Feierer und er hat mich gefragt, ob ich mit auf ein Foto kommen möchte, so wie aus welchem Grund bitte. Ja, er möchte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus dem Sport und aus der Politik nehmen und er hat da an mich gedacht. Und so bin ich eigentlich zu diesem Kinde gekommen. Ja, der Herr Feierer hat mich angesprochen, ob er mit mir ein Fotoshooting machen kann. Habe ich gesagt, ja gerne natürlich. Und es schadet ja nicht, wenn man sich ein bisschen präsentieren kann. Was stellt das Bild dar? Es stellt die eine Seifenblasse dar, die auf dem Kirchturm hängt. Das ist noch der alte Kirchturm. Und Fotografie bedeutet für mich Kunst. Warum fotografiert man eine Tulpe getrocknet und nicht blühend? Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, Tulpe blühend kennt eigentlich ja jeder. Getrocknet auf die Idee, das war einfach ein Jux und allerei. Ich bin ja mal aufgehängt, was einmal aufgehängt, zum Trocknen. Und aus dieses Dings her heraus habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich einmal ein Foto machen. Ich sage mal was anderes. Die Ausstellung ist noch bis 6. Oktober bei freiem Eintritt im Rathaushof Bruckerner Moor zu sehen.